Wenn du aktuell verschleimt bist oder unter Husten leidest, dann habe ich womöglich genau das Richtige für dich. Wie bekommst du deine Atemwege von Unreinheiten und Verschleimungen effektiv gesäubert? Dazu habe ich vor kurzem eine interessante Erfahrung gemacht. In meinem letzten skandinavischen Urlaub habe ich eine Methode kennengelernt, die äußerst effektiv die Menschen dort auf die kalte und nasse Jahreszeit vorbereitet. Einfach gerade wenn es kalt draußen wird, wenn es nass wird. Und es war unglaublich effektiv und ich fand es großartig. Ich bin mir sicher, dass wir hier in Deutschland ebenso davon profitieren können. Nach unserem Städtebesuch wollten wir sowohl die Natur erleben, aber auch etwas Erholung haben. Daraufhin sind wir außerhalb in eine Saunaanlage, mitten in der Natur gefahren. Abgesehen davon, dass es einer der schönsten Saunen war, die ich je gesehen hatte, hatte sie auch eine ganz spezielle Methode, um die Menschen dort auf die kalte und nasse Jahreszeit vorzubereiten. Ich habe nachgefragt, wie diese Methode heißt. In Deutsch übersetzt heißt es so viel wie Rachenputzer. Nach diesem speziellen Saunagang hat man sich einfach frei gefühlt. Man hat sich gut gefühlt. Und dieses hervorragende Gefühl, wenn die Atemwege mal komplett frei und sauber sind, das ist eigentlich super einfach auch zu Hause zu erreichen. Ich nenne es mal die Sauna-Methode. Und zwar, diese Methode ist ganz einfach. Das Einzige, was du dir dafür anschaffen solltest, ist ein ätherisches Öl, das du gut riechen kannst. Ich habe da auch meine eigene Empfehlung, welches ich auch in der Sauna kennengelernt hatte. Bei dieser Form der Inhalation funktioniert das ganz ausgezeichnet. Falls du sie nicht kennst, ist das überhaupt nicht schlimm. Du bringst Wasser zum Kochen, bis es anfängt, ordentlich zu dampfen. Anschließend stellst du das Gefäß so ab, dass du deinen Kopf bequem 10 Minuten mindestens über dem Gefäß halten kannst. Lege dir dazu noch ein Tuch über den Kopf und decke damit die Ränder des Topfes oder der Schale, was du eben dafür verwendest, ab. Aber das Wichtigste ist, dass der Wasserdampf möglichst zu dir kommt, dass du den gut einatmen kannst. Der Wasserdampf sorgt nämlich folgendermaßen dafür, dass die Atemwege befeuchtet werden. Du kannst es dir ganz simpel vorstellen, dass sich der Schleim mit den Wasserpartikeln verbindet und damit flüssiger wird. Das erleichtert ungemein den Abtransport des Schleims. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Ich empfehle dir zusätzlich zu dem heißen Wasser ein paar Tropfen ätherische Öle hinzuzugeben. Ich empfehle dir dafür Eukalyptusöl. Dieses hat auch einige Vorteile. Besonders das enthaltene Zinul im Eukalyptus kann festsitzenden Schleim aus dem Bronchien und den Nasennebenhöhlen lösen. Zugleich fördert es aber auch den Abtransport des Sekrets, wodurch das Abhusten vom Schleim deutlich leichter wird. Und das Öl wirkt vor allem auch krampflösend und lindert den Wachstum von Bakterien. Man kennt auch von Eukalyptus dieses ganz klassische Gefühl von dieser Kälte einfach auf der Haut. Dieses einmalige Wiedererkennungszeichen vom Eukalyptus. Es gibt natürlich noch viele weitere ätherische Öle, die eine gute Wirkung haben. Mit Eukalyptus bist du allerdings auf der sicheren Seite. Wenn du nun 5 Minuten inhaliert haben solltest, dann empfehle ich dir dafür über die Nase einzuatmen. Das ist ganz wichtig. Achtung, was sich ganz häufig passiert, wenn man einen wohlwollenden Duft riecht, atmet man besonders tief ein. Das ist hierbei allerdings unvorteilhaft. Denn wir wollen ja etwas herausbekommen, anstatt es noch weiter herunterzuziehen in die Atemwege. Daher meine Empfehlung, atme durch die Nase ein. Nicht zu tief, sondern ganz normal einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Du wirst wahrscheinlich bereits nach wenigen Minuten schon merken, dass du dich ab und zu mal räuspern musst. Das kommt vor allem dadurch, dass der Schleim sich anfängt dann zu lösen. Nach Beendigung des Saunaaufgusses sind wir dann nacheinander aus der Waldsaune gegangen. Und es haben mehrere Männer mit Palmblättern auf uns gewartet, um uns den Rücken abzuklopfen. Das klingt zunächst ein wenig seltsam. Aber nach dem Inhalieren von dem Eukalyptus und dem Saunaaufguss war das außerordentlich wohltuend. Nach dem Abklopfen, was übrigens überhaupt nicht wehgetan hat, übertrug sich von dem Schlagen die Vibration auf unsere Lunge. Und damit konnte der Schleim besser gelöst werden und man konnte es besser abhusten. Ich empfehle dir für zu Hause, um das selber anschließend durchzuführen. Keine Sorge, du brauchst niemanden, der dich mit Palmblättern jetzt schlägt. Um diese Vibration in den Atemwegen zu erzeugen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du benutzt einen Atemtrainer, der schleimlösend wirkt, ein Fluter zum Beispiel oder zum Beispiel ein Giebelhorn. Ein Erz wie Kornet ist ein beliebtes Mittel dafür. Oder du kannst die Gorilla-Atmung einsetzen, um die Erschütterung selber zu erzeugen. Dafür klopfst du mit deiner Hand ganz locker auf deiner Brust. Lass es mich dir mal vormachen, damit du verstehst, was ich meine. Setz dich aufrecht hin. Atme langsam durch die Nase ein. Du klopfst mit deiner Hand auf deine Brust und atmest dabei langsam summend aus. Das ist nicht nur effektiv, sondern auch dasselbe Prinzip, wie Patienten im Krankenhaus auch vor einer Lungenentzündung geschützt werden. Sie ist wirklich sehr, sehr effektiv, um Schleim zu lösen. Wenn du jetzt sagst, okay, das probiere ich mal aus, dann empfehle ich dir vor allem dazu, eine kleine Routine zu machen. Die Atemroutine hilft dir besonders leicht, den Schleim dich davon zu befreien. Es gibt auch einige bestimmte Techniken, die im bestimmten Aufbau gemacht werden sollten, um den Effekt zu verstärken. Wenn du so eine Routine haben möchtest, dann empfehle ich dir den Atemmentor dazu. Das ist meine Atembibliothek mit unzähligen Atemübungen. Atemroutinen, Lungenreinigung, Lungenvolumen erhöhen und vieles, vieles mehr. Bluthochdruck. All sowas können wir mit Atemübungen angehen. Das Beste ist, wenn du es dir mal anschauen möchtest, die ersten sieben Tage sind vollkommen kostenlos. Wenn das für dich interessant ist, unter dem Video, der allererste Link führt dich zum Atemmentor und ich freue mich, wenn ich dir damit helfen kann. Ich wünsche dir alles Gute, einfach wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.